liebe volleyball free community ich brauche dringend eure unterstützung denn ich bin einer von fünf sportlern die zum sportstipendiaten des jahres nominiert worden sind ist eine richtig coole wahl brauche aber weil ich mir jetzt natürlich auch den sieg sichern will eure unterstützung ist ganz einfach braucht genau eine sekunde ihr müsst einfach diesen beitrag mit dem hashtag sportstipendiat 2020 julius kommentieren wenn ihr noch lust habt gerne auch noch auf die seite sportstipendiat.de gehen und dort für mich abstimmen ich würde mich freuen und bis bald